Und deswegen sind wir heute bei einem der besten, der besten, scheiße, das war so gut. Und zu einem richtig tollen Outfit gehört zweifelsohne auch eine tolle Brille. Heute sind wir bei einem der besten Optiker, die... Hallo ihr Lieben, wir lieben natürlich nicht nur Ingolstadt, sondern... So Franz, gib uns mal den Durchblick, welche Brillen sind gerade richtig im Trend. Ich habe nichts gemacht. Ja, der Obi hat gehustet. Welche Brillen sind Trend? Cut. Jetzt glaube ich, geht's nicht. Ja, das geht schon noch. Wann ist das? Ja. So, Franz, Trendmaus. Erzähl mal, welche Brille... Jetzt wird's nix. Nochmal oder neue Frage? Natürlich. Retro, italienisches Design. Must have. Habe ich schon mal gesagt, ich will ja was anderes sagen, aber... Schau mich an, italienisches Design, männlich, markant und italien... Und italienisch. Ja. Schau mich an, italienisches Design, retro, markant, männlich, ein must have. Du hast jetzt einen Auflager, oder? Ja, ja. Kind bis zum Pass. Komm, schnippen, wie geht's? Kuba, in einem Club sitzen... Pff, nein, ich muss jetzt langer. Oh, lange.